Und somit gelangen wir zur aktuellen Stunde mit dem Thema Elite-Unis für alle durch faire Studienplatzfinanzierung. Als Erste zu Wort gemeldet, Frau Abgeordnete Claudia Ramon. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Zehn Minuten Redezeit. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, auch die, die heute hier sind auf der Galerie. Wie, gefangen in der Durchschnittsfalle, wäre die Tragödie des österreichischen Hochschulsektors ein Roman, würde er wahrscheinlich diesen Namen tragen. Ja, die Wissenschaft und Forschung in Österreich bringt immer wieder Ausnahmetalente und auch Ausnahmeleistungen hervor. Aber das ist ganz sicher nicht aufgrund der guten Bedingungen, sondern trotz der wiederen Umstände, trotz der katastrophalen Rahmenbedingungen. Ja, bei den Unis wurde in den letzten Jahren, anders als in vielen anderen Bereichen, nicht eingespart. Das als positive Entwicklung zu nennen, halte ich für unfassbar zynisch und ist ausschließlich eine Schönfarberei der niederliegenden Problems der strukturellen und auch langfristigen Unterfinanzierung des gesamten Hochschulsektors. Die Budgets stagnieren, die Studierendenzahlen steigen, die Bedingungen werden immer schlechter, die Dropout-Quote bleibt erschreckend hoch. Herr Minister Mitterlehner, Sie haben vor zwei Jahren mal gesagt, das Angebot und die Infrastruktur an unseren Hochschulen sind gut und das wird auch von den Studierenden überwiegend positiv bewertet. Das ist nicht nur eine wagemutige Behauptung, das ist schlichtweg einfach nicht korrekt. Gehen Sie mal ein paar Meter weiter an die Uni Wien, gehen Sie mal vor das Juridikum und fragen Sie die Studierenden dort, wie das denn so ist, bei Vorlesungen am Boden sitzen zu müssen, wie es so ist, bei Prüfungen am Boden sitzen zu müssen, wie es ist, wenn man keinen Diplomarbeitsbetreuer findet. Ich glaube nicht, dass die das als positiv empfinden, die Bedingungen in einem Massenfach in Österreich zu studieren. Bei der Bildung zu sparen und untätig zu bleiben, bei den Hochschulen zu sparen und nichts zu reformieren, ist Zukunftsraub an der nächsten Generation. Warum ist denn das in Österreich so? Das muss ganz sicher dieser neoliberale Sparzwang sein. Die Neos, die sagen ja auch immer, wir müssen überall sparen und so weiter. Vielleicht ist das die Ökonomisierung der Bildung, von dem manchmal Grüne und SPÖ reden. Oder doch nicht? Schauen wir mal, wie das unser nächster neoliberaler Nachbar im Westen macht, die Schweiz. In Österreich haben wir 300.000 Studierende und geben 3,8 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln für den öffentlichen Hochschulsektor aus. Die Schweiz hat rund 150.000 Studierenden, gibt aber über 7 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, an Steuergeld für die öffentlichen Hochschulen dort aus. Halb so viele Studierende, doppelt so viele öffentliche Mittel im Vergleich zu Österreich. Und das in der Schweiz hat das allseits gefürchteten eiskalten Neoliberalismus mit niedrigen Steuern und Konzernen sogar auch noch. Was macht denn die Schweiz anders? Die Schweiz setzt andere Prioritäten. Die haben einen schlanken Staat, damit sie auch ein schwergewichtiges Bildungsbudget zusammenkriegen. Ausgesprochen schön ist angesichts der dramatischen Lage jedoch, dass der Herr Wissenschaftsminister die Gunst der Stunde, die Gunst unserer aktuellen Stunde genutzt hat und gestern eine Reform der Hochschulfinanzierung hin zu einer Studienplatzfinanzierung angekündigt hat. Das freut mich sehr. Das Wort Studienplatzfinanzierung klingt jetzt vielleicht für ein paar Zuschauer etwas holprig. Deshalb möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, um zu erklären, um was es geht. Angelegt an das Finanzierungssystem der FHs sollen die Unis jetzt nicht mehr nur einen Pauschalbetrag, mit dem sie so oder so nie auskommen würden, kriegen, sondern Geld pro Studienplatz. Das kostet mehr, bringt aber auch mehr Qualität. Eine Studienplatzfinanzierung funktioniert freilich aber nur dann, wenn wir den Zugang zu diesen ausfinanzierten Studienplätzen auch beschränken können. Sonst wird die Systematik vollkommen als Absurdum geführt. Man kann ja nur hoffen, dass es nicht bei dieser Ankündigung bleibt. Schließlich wurde auch die Evaluierung der Kompetenzverteilung zwischen Unis und FHs groß angekündigt, aber wir wissen noch nicht, wo dieser Prozess steht. Wäre auch gut, wenn wir vielleicht heute die Gelegenheit für ein Update nutzen. Die zusätzlichen 1,3 Milliarden für die nächsten drei Jahre sind auch sehr nett. Es ist aber einerseits weit davon entfernt, was ursprünglich die Unico für ein paar Jahre mal vorgerechnet hat, was es brauchen würde. Und wir sind auch gespannt auf den Finanzierungsvorschlag. Schließlich ist es schon schwierig, 25 Millionen zusätzlich für die Studienbeihilfe aufzutreiben. 1,3 Milliarden sind jetzt plötzlich Peanuts. Wenn es so einfach ist, sind wir sehr froh darüber. Wir glauben an Sie, Herr Minister. Die Frage, die wir uns heute aber eigentlich stellen müssen, ist eine politische. Laut der Pressemeldung gestern muss das Ganze noch mit den Genossinnen der SPÖ ausverhandelt werden. Also ein netter Vorschlag, aber wenn man sich den Track Record der letzten Monate anschaut, würde es mich doch überraschen, wenn man in dieser unglücklichen Koalitions-Ehe sich noch auf etwas so Vernünftiges einigen kann, auf den letzten Metern. Aber, wie glauben wir an Sie, Herr Minister? Um was geht es uns NEOS jetzt hier eigentlich? Wir wollen ein klares Bekenntnis dieser Republik zur Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen eine eindeutige budgetäre Prioritätensetzung. Wir sind im Moment nicht die Republik der Denkerinnen und Entdeckerinnen. Wir sind die Republik des Bürokratismus, der Geldverschwendung und der budgetären Vergangenheitsbewältigung. Siehe Pensionsloch, siehe Hypo. Wir haben es immer relativ locker in der Tasche hier im Hohen Haus, wenn es um populistische Klientellpolitik wie zum Beispiel die Pensionshunderter geht. Wenn wir über Zukunftsthemen reden, blockieren die Sozialpartner, blockieren die Länder, siehe zum Beispiel das Thema Bildung, blockiert die Ideologie, die SPÖ, sehr oft bei Hochschulthemen, oder es fehlt auch der Wille, Geld auszugeben. Junge Menschen in Ausbildung, die Zukunft unseres Landes, sind politisch hier oft einfach schlichtweg egal. Wir jungen Leute haben hier keine Lobby. Für alle anderen Gruppen scheint hier immer eine Lobby zu finden sein, wenn es darum geht, schnell viel Geld locker zu machen. Wir NEOS glauben, dass wir den fitten Staat brauchen, damit wir auch endlich in der Lage sind, beim Thema Bildung, beim Thema Hochschulen ordentlich anzupacken. Ein radikaler Ausbau der Kinderbetreuung hin zu einer qualitätsvollen Elementarpädagogik, weil hier beginnt die soziale Selektion, nicht an den Hochschulen. Wir wollen bessere Pflichtschulen, die in Autonomie und in Bildungsvielfalt leben können, damit es keinen einzigen 15-Jährigen mehr gibt, der nicht sinnerfassend lesen kann, dem alle Chancen im Leben genommen werden. Wir wollen Universitäten und Fachhochschulen, die eine Weltklasse Bildung und Ausbildung bieten, damit unser Land auch fit für Digitalisierung und fit für die Wissensgesellschaft wird. Das wollen wir. Wie kommt man da hin? Wir hätten drei ganz zentrale Vorschläge. Das ist einerseits eine Studienplatzfinanzierung, die den Namen auch verdient. Dafür werden wir signifikant mehr Geld in die Hand nehmen müssen, und den Universitäten auch zu ermöglichen, im eigenen Ermessen sinnvolle, studienrelevante Zugangsbeschränkungen einzuführen. Im Moment kämpfen Studierende in Massenfächern mit überfüllten Hörsälen, fehlenden Seminarplätzen, fehlenden Diplomarbeitsbetreuern. Die hohe Dropoutquote ist ja auch eine Ungerechtigkeit des derzeitigen Systems. Die Chance, dass jemand aus einem System rausfällt, das vollkommen überlastet ist, ist für Studierende aus sozial schwächerem Hintergrund ungemein höher als für andere. Wenn man weniger familiären finanziellen Rückhalt hat, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, viele Semester an der Hochschule verbracht zu haben und zum Schluss dann sogar ohne Abschluss dazustehen. Das ist Zeitverschwendung, das ist Zukunftsraub für diese jungen Menschen, das ist auch volkswirtschaftlich ein Schaden, den wir hier verursachen, mit dem wenigen Geld, das wir überhaupt in das System reinstecken. Wir sind auch der Meinung, dass es einen groß angelegten Ausbau des Stipendiensystems braucht. Für uns ist klar, niemand, der kann, soll am Studieren gehindert werden. Studieren ist nichts für jene, die einfach das Glück haben, reiche Eltern zu haben. Studieren soll für jene sein, die den Willen für Leistung haben, die auch Wissensdurst haben. Man würde meinen, dass mit den steigenden Studierendenanzahlen auch das Budget für die Studienbeihilfe steigt. Falsch gedacht, in den letzten zehn Jahren ist das stagniert, die Zuerkennungsquoten sinken von 25 Prozent auf 17 Prozent. Wo hat sich die SPÖ eigentlich in dieser Zeit versteckt? War es ihnen nicht wert, für diese Studierenden zu kämpfen? Warum ist die Studienbeihilfe nicht erhöht worden in dieser Zeit? Und das ist auch der Unterschied zu NEOS. Wir glauben nicht, dass diese jungen Menschen weniger Studieneignung hätten als andere. Wir glauben, dass man ihnen die Mittel auch dafür geben muss, dass sie studieren gehen können. 45 Jahre offener Hochschulzugang seit Kreisgirchen haben auch bedeutet, 45 Jahre soziale Selektion an den Hochschulen. Das ist ein Zustand, den man beenden muss. Wir glauben, dass dieses System einfach gescheitert ist. Wir brauchen einen neuen Zugang, der es auch wirklich schafft, dass alle, die Talente haben, auch an den Unis studieren gehen können. Schlussendlich wollen wir auch durch nachgelagerte Studiengebühren den Universitäten einen finanziellen Freiraum noch bieten, um weit an der eigenen Profilbildung zu arbeiten. Das System der nachgelagerten Studiengebühren funktioniert so, dass man zuerst einen zinsfreien Kredit kriegt und die Rückzahlung erst dann beginnt, wenn man im Berufsleben ist und über eine bestimmte Einkommensgrenze drüber fällt. Es soll niemandem Studieren gehindert werden, niemand soll das als unmögliche Belastung empfinden. Unserer Meinung nach sind Studiengebühren auch gerecht und fair. Studieren ist weiterhin ein Privileg, weil wer studiert, hat das ganze Leben etwas davon. Dafür keinen Beitrag leisten zu müssen, wenn Vorbereitungskurse für eine Meisterprüfung mehrere tausend Euro kosten, ist schlichtweg untragbar und ein unfairer Zustand. So viel dazu. Ich gehe davon aus, dass die Rednerinnen und Redner von den Grünen und der SPÖ nachher sagen werden, ihr wollt es ja nur, dass nur die Reichen studieren können. Mit solchen Aussagen diskreditiert man sich selbst, das ist eine intellektuelle Beleidigung meiner Meinung nach. Was ihr nämlich wollt, ist, dass jeder, der sich durch die STEOP durchwinden kann, durch Knockout-Prüfungen, durch überfüllte Seminare, der sich durchwurschteln kann, der kann ein unterdurchschnittliches Studium absolvieren, mit der 50-prozentigen Gefahr, es vorher abzubrechen. Wir wollen, dass jeder, der den Willen hat, ein gutes Studium haben kann und auch einen guten Abschluss kriegt. Danke vielmals. Der Bildungssektor wurde über Jahre strukturell ausgehungert. Die NEOS fordern eine faire Studienplatzfinanzierung inklusive Zugangsbeschränkungen, sagte Bildungssprecherin Gamon.